Jetzt! Antuschal, was hast du gemacht, die Pforte? Moment! 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 So... kommt besser, ne? Das ist ja ein Beinproblem! Geh' los, Ahriam! So, Stimmung! Stimmung! Drei, vier Schwimmungen! Steht mir da so nahe vor mit seinem Kopf. Ich hab Angst, was von Korn wieder vorkommt. Was ist denn jetzt los hier? Scheißversion! Boah, sieht das geil aus. Fliebe fuhr im Helikopter Mach den Ruf Mach den Schrauber 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 Mach den Helikopter 1112 Einmal der Schneider Keiner gibt die Hände nicht, ich stelle Stehe sein, jetzt hier drüben eventuell so ein bisschen Ich bin so ein bisschen in der Schräglage. Mach mal den Helikopter hier. Ich kann singen wie im Chor. Ich bin so ein bisschen in der Schräglage. Ich bin so ein bisschen in der Schräglage. Ich bin so ein bisschen in der Schräglage. Schade. So, mal schauen wie ihr so aussieht. Ja, nachdem ihr 2 Minuten rumgeschaut habt. Jetzt ist es ein bisschen schwer. Wuhuuu. Ja, Mann. Wuhuuu. Du bist so ein bisschen in der Schräglage. Wuhuuu. Es steht aber auch sehr gut. Das macht ja groß. Wollte noch mehr an? Ich hab so gut zündet! Ich hab so gut zündet! Wollte noch mehr an? Ja! Wollte noch mehr an? Nein, Mensch! Ich hab alle, die mehr wollen, meine Hände hoch. So! Ich wollte schon sagen, ich schrubbel nicht. Ordnungsamt ist da! Was? Ordnungsamt ist da! Lieber mal die Musik leiser machen! Ja, das ist super, meine Hände! Andi, die wollen wahrscheinlich nur einmal fahren! Ne, die haben Bummelpässe oder so! Ich hab sie wieder nicht gesehen! Ja! Also das war ja bisher eher so fliegen an den Tippel! Ja! Und das hat 10 Minuten! Ja! 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 Gib få Corinne! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Nein! Komm gib Gas jetzt hier! In der Mitte, das sind ja wir. Komm, hau drauf! Hey! Mach noch um. Gib mir ein Hey! Hey! Mach schneller! Schau mal rauf hier! Wollen wir mal hier ein richtiges Finale haben? Ja, ruhig Paula, ruhig. Jetzt mal kann ich nicht rauskommen. Fluchig! Boah ey! Boah ey! Und eigentlich schön! Bewohner! Hört mir zu! Wir fahren ja schon seit 6 Minuten. Juhu! Ihr habt nur beglänzt seid. Wer sich widersetzt. Wer sich widersetzt. Wird hart. Wird hart. Bestraft. Die Challenge beginnt. Die Challenge beginnt. Lebt jetzt alle die Hände nach oben. Wuh! Los geht's! Los geht's! Bewohner! Hey! Ja, alle aufrasten Leute! Juhu! Juhu! Klokaten! Jubel! 12! 4! 11! 12! 9! 6! 11! 12! 12! 12! 12! iyetê! Acht Minuten, wie gestern. Juhu!